Wenn ich gut bin und wenn ich die Qualitäten habe, dann ist am Markt immer was da und dann ist der Markt auch groß genug. Dann fangen wir an. Lieber Martin Kasum, ich freue mich total, dass du dir heute Zeit genommen hast. Herzlich willkommen zum Two Peers Tuesday. Vielleicht starten wir mal ganz easy, wenn die Fragen vielleicht noch ein bisschen schwieriger werden. Einfach mit einer kurzen Vorstellung, dass die Zuschauer dich ein bisschen kennenlernen. Super gern. Erstens einmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Danke, dass ihr auf mich zugekommen seid. Das freut mich sehr. Super geiles Format. Cooler Speaker. Ich habe die letzten Wochen schon gesehen und ich finde es stark, dass in Salzburg so etwas gemacht wird, weil solche Sachen brauchen wir. Dem vorweg geschossen. Zu meiner Person, Kasum Martin, du hast es schon gesagt, ich bin leidenschaftlicher Unternehmer, habe eine Eventagentur im klassischen Sinne seit zehn Jahren, die Chaka 2 GmbH, wo wir uns da aufhalten in den heiligen Hallen. Wir sind in Salzburg-Nord im Gusswerk beheimatet. Uns gibt es seit zehn Jahren. Ich habe die Firma gegründet, damals mit meinem besten Freund gemeinsam. Und ja, wir florieren, wir wachsen, wenn nicht Corona wäre, sagen wir mal so. 2020 war natürlich ein spezielles Jahr, aber ich glaube, auf das können wir nachher noch zu sprechen. Und ja, ich bin ein gebürtiger Waagreiner aus dem Innergebirge, habe auch draußen eine HTL gemacht und studiert in Seekirchen draußen an der Privatuniversität Schloss Seeburg. Also das ist so mein Werdegang und ja, klassischer Betriebswirt und ja, liebe es, Unternehmer zu sein und in dem Fall Sport- und Musikveranstaltungen zu organisieren. Okay, alles klar, cool. Danke für die Vorstellung. Tobias Tuesday, wir müssen mal anstoßen. Du hast schon angefangen. Du bist seit zehn Jahren Unternehmer, du machst seit längerer Zeit wahrscheinlich schon länger als zehn Jahre Events. Eines deiner frühen Projekte war sicher Snowvolleyball, geht jedes Jahr durch die Presse und ist sehr bekannt. Jetzt hör uns mal ein bisschen, wie ist es da auf die Idee gekommen und wie hat sich das entwickelt? Ist richtig, genau. Also Events veranstaltete ich schon länger, auch vor der Zeit, bevor ich die GmbH gegründet habe. Das ist mir sicher ein bisschen auch in die Wiege gelegt worden. Wie gesagt, ich komme aus Waagreinen, aus dem Skigebiet und da wollten wir eigentlich damals in einer Gruppe von mehreren Freunden ein bisschen was anderes auf die Beine bringen, auf die Beine stellen. Und da war der Georg Klampfer mit dabei, den man ja auch kennt, vom Lederhausen Donnerstag, der Initiator, der war eigentlich so der Mitideengeber damals rund um dieses Thema Snowvolleyball und hat mich damals kennengelernt und gewusst, ich bin von da drinnen. Und in Oberdauern hat es ja solche Spaßturniere bereits gegeben, beziehungsweise auch in anderen Skigebieten. Und wir haben gesagt, wir sollen das einmal in Waagreinen probieren, Waagreinen flacher. Und so ist das eigentlich 2010 gestartet als Gaudi-Turnier. Das war eigentlich damals unser Start. Und das ist eh schon mal ein Stichwort. Also als Gaudi-Turnier, vielleicht auch aus der intrinsischen Motivation, einfach auch was zu machen, was zu bewegen. Und doch gibt es Ambitionen mittlerweile, olympisch zu werden, beziehungsweise einfach auch ein echtes Sport-Event, wo wirklich die Qualität vom Sport halt einfach auch sehr, sehr gut ist. Wie habt ihr das geschafft von ein paar Freunden machen, was Lustiges hin zu einem wirklich ernstzunehmenden Sport-Event? Ich glaube, das wird vielleicht jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen vor der Zeit, was wir haben, aber ich kann es ein bisschen anschneiden. Das war natürlich eine jährliche Entwicklung. Also wir haben vor allem, die wichtigsten Jahre waren wahrscheinlich die Anfangsjahre. Wir haben 2009, 10, als das Ganze begonnen hat, relativ schnell realisiert, dass wir eine echte Alternative sind für die klassischen Skigebiete, um ein anderes Sport-Event anzubieten, nicht nur mehr Snowboarden und Skifahren. Vor allem den klassischen Sonnenskilauf, der ja im Februar, März, April raus immer stärker wird, den haben wir eigentlich mit dem so ein bisschen getargetet. Das war unser Ziel und haben da eigentlich ein kurzes Feedback gekriegt von den klassischen Volleyballern, weil ich habe nie wirklich Volleyball professionell gespielt. Ich bin im Endeffekt der Eventorganisator, komme aus dem Marketingbereich und habe mir da nie wirklich Gedanken gemacht und habe aber positives Feedback bekommen von österreichischen Sportlern. Das ist dann einmal so rübergeschwappt nach München zu den bayerischen Volleyballern, die dann alle nach Waag reingekommen sind, um im Salzburger Land Snowvolleyball zu spielen. Immer aus Fun in den ersten Jahren, also da war nie wirklich eine Competition mit viel Preisgeld involviert. Das Ganze hat so ein bisschen einen Turn genommen, als der österreichische Volleyballverband das Ding eine offizielle Sportart gemacht hat, 2011. Das war der Präsident Peter Kleinmann, den haben wir viel zu verdanken, der hat viel Lobbying-Arbeit da betrieben. Und das war für uns so ein bisschen der Ritterschlag, dass dann die Deutschen gesagt haben, was passiert in Österreich, dass die Tschechen gesagt haben, was passiert da und so. Die umliegenden Länder von Österreich das ein bisschen aufgegriffen haben und das war dann ein Domino-Effekt. 2015 glaube ich war es, hat der Europäische Verband gesagt, das ist so interessant für uns und da haben wir echt eine Möglichkeit, was Großes daraus zu bauen. Wir machen das auch in Europa, ein offizielles Sportart. Es gibt das erste Mal dann eine European-Tour oder gab es damals. Und dann hat es aber ein bisschen eine spannende Zeit gegeben, weil es weggegangen ist nur mehr von uns als Veranstalter, was glaube ich wichtig auch war. Und es hat dort wirklich viele Trittbrettfahrer gegeben im positiven Sinne, die selbst Turniere organisiert haben. Und ja, mittlerweile gibt es in Europa von Moskau bis Türkei, in Frankreich, überall Turniere. Das wird veranstaltet, das ist ein Selbstläufer geworden. Und das Ganze ist so gegipfelt, 2016, dass die FAVB, das ist wie im Fußball die FIFA, der Volleyball-Weltverband quasi gesagt hat, was passiert da, was ist diese Chemzelle in Europa. Das ist ganz spannend. Können wir da nicht irgendwie was Weltweites ausrollen mit Nordamerika, Südamerika, Asien, Afrika vielleicht jetzt einmal ausgeklammert, weil die haben relativ wenig Schnee. Aber das war so der Hintergedanke von der FAVB. Und ja, die haben das gepusht und wir haben dann am World Congress 2016 das erste Mal das gepitcht und präsentiert. So ein bisschen als österreichische Idee. Da waren über 200 Mitgliedsländer und die sind natürlich voll angesprungen auf das, haben gesagt, das ist eine volle Alternative. Und da muss man verstehen, wenn man jetzt im Sport bewandert ist, dass Volleyball der erste Sport sein könnte. Und das ist ein bisschen die USB, die in Winter- und Sommer-Olympia vertreten ist. Das gibt es bis dato nicht. Dass ein Athlet quasi, wenn er seinen Sport dort ausübt, alle zwei Jahre olympische Medaillen gewinnen kann. Und das ist ein bisschen auch unser Driver gewesen. Und ja, da stehen wir jetzt mehr oder weniger. Es gab dieses Jahr bei den jugend- olympischen Spielen in Lausanne das erste Mal eine offizielle Competition, wo Snowvolleyball bei der Jugend- olympiade dabei war. Sehr cool. Das war im Jänner. Das hat uns jetzt natürlich ein bisschen einen Dämpfer gegeben mit Corona. Das ist alles ein bisschen verlangsamt, weil die World Tour abgebrochen worden ist, wie Olympia und viele andere Sportgroßveranstaltungen. Man muss da natürlich immer noch die Kirche im Dorf lassen. Es ist immer noch Snowvolleyball. Bei uns wäre es dieses Jahr um 100.000 Euro Preisgeld gegangen. Also wir sind da weit weg noch von Millionenpreisgeldern. Aber es ist trotzdem beachtlich. Es ist eine Eigendynamik da und wir schauen positiv. Wie du sagst, also trotzdem beachtlich für das, dass man in einer Gaudi-Veranstaltung quasi losgegangen ist und dass solche Wellen schlägt mittlerweile. Du hast es ganz kurz angesprochen jetzt. Corona, die letzten Monate waren schwierig. Nicht nur für Snowvolleyball, sondern erstens natürlich für die ganze Wirtschaft und auch für eure Agentur. Wie hast du das erlebt? Wie war es aus deiner Brille heraus die letzten Monate bis jetzt eigentlich auch? Ich glaube, es war ein Rollercoaster und das werden sicher viele Unternehmer unterstreichen können. Ich kann mich noch erinnern und wir haben das auch im Vorgespräch so ein bisschen besprochen. Es war Freitag der 13., wie man ja so oft diesen Tag so ein bisschen zitiert, als die Skigebiete zugesperrt haben. Wir als Agentur sind winterlastig immer noch. Das heißt, wir machen auch viel unseres Umsatzes, unsere Projekte im Winter. Sprich, jetzt geht es eigentlich los von November bis April rein. Und für uns war das definitiv ein harter Schlag, als wir festgestellt haben, so das Unvorhersehbare, dass in Österreich die Skigebiete zusperren, weil das ist eigentlich so etwas untouchable, vor allem in Tirol. Das ist dann eingetreten und das war für uns dann eigentlich so der Reality-Check, dass wir gewusst haben, okay, jetzt geht es echt in eine krasse Richtung. Und ich glaube, was vielleicht der Unterschied war von unserer Branche ein bisschen zu, wenn ich im Digitalmarketing tätig bin oder ein klassischer Dienstleister oder Handwerksbetrieb, dass echt wir leben halt davon, dass die Leute eine Ganselhaut haben, dass sie einen Smiler drauf haben und dass wirklich was erleben. Und das war einfach mit Anschlag nicht mehr möglich, mit der Quarantäne, mit dem Lockdown. Und auch das ist da bei uns der Umsatz, und da glaube ich kann man ganz offen sprechen, auch tatsächlich zurückgegangen um fast 80, 90 Prozent. Ja, das ist natürlich massiv, ja klar. Und halt vor allem, deswegen sage ich Rollercoaster, so mit Ende März auch nicht wirklich mit einer Perspektive. Also klar haben wir gewusst, irgendwann wird es wieder weitergehen, aber es war doch relativ dunkel. Und ich habe das auch zu meinen Leuten in der Firma gesagt, beziehungsweise zu vielen anderen Unternehmern, mit denen ich über dieses Thema oder über diese Zeit rede. Ich bin mir fast vorgekommen, in der Zeit mehr als Psychologe oder als Mentor und Mediator, ein bisschen wie als Geschäftsführer, weil man halt, man muss Leute kündigen, was nie fein ist, man muss sich ein bisschen den Gegebenheiten anpassen, was sehr schade ist. Auch wir haben leider Leute entlassen müssen, es war eine Kurzarbeit, wir haben über 15 oder 16 Wochen die Leute im Homeoffice gehabt. Man hat keinen sozialen Kontakt mit den Leuten, ist nur über dem Bildschirm in Kontakt. Und da muss man auf jeden Fall so, den Fokus darf man nicht verlieren, die Leute zu motivieren und wirklich auch eine Perspektive zu geben. Und wie war quasi, du bist leidenschaftlicher Unternehmer und als Unternehmer muss man ja auch was unternehmen. Wie waren da so die Maßnahmen, die ihr gesetzt habt, auch was vielleicht neue Konzepte betrifft? Ich glaube, in jeder Krise liegt oft eine Chance. Habt ihr da die Möglichkeit auch gehabt, irgendwie neue Geschichten, Stichwort so Online-Events oder so, in diese Richtung auszuprobieren? Absolut. Also ich bin auch, das kann ich blind unterschreiben, also ich glaube, jede Krise bringt neue Chancen. Das ist jetzt unsere Chance von uns Jungen, Jungunternehmern, sage ich einfach mal, alte Systeme aufzubrechen, alte Strukturen aufzubrechen, gewisse Strukturen zu hinterfragen. Ich glaube, da haben wir echt die Chance und ich glaube, im Endeffekt, der, was agiler ist und der, was sich da schneller bewegt und Chancen sieht, der hat sicher brutal viele Möglichkeiten, wirklich sich da auch neu zu beweisen. Und ich glaube, auch da hat sich vor allem in unserer Branche ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt. Einige haben die Flinte ins Korn geworfen, was man wahrscheinlich auch irgendwo nachvollziehen muss. Für uns im Team oder für mich persönlich war es eher ansparen, weil ich mir gedacht habe, cool, jetzt erst recht. Also wir haben unsere ganze Corporate Identity gerelauncht. Ich habe gesehen, gratuliere zu den neuen Website. Vielen Dank. Also natürlich auch der Stefan, der Sebastian von mir im Team haben da hauptsächlich dazu beigetragen, weil wir relativ schnell realisiert haben, jetzt ist unsere Chance, das, was wir jahrelang aufgeschoben haben, weil wir wissen es alle, wenn man selbstständig ist, das ist eigentlich das, was man als Letztes macht, weil man macht zuerst die Kundenprojekte. Und da haben wir eigentlich dann März, April, Mai, Juni uns Zeit genommen, um wirklich das zu analysieren, was können wir machen und um auf deine Frage zu sprechen zu kommen. Klarerweise haben wir auch geschaut, wo können wir uns innovativen, neuen Ideen hingeben. Und das war ganz wichtig auch festzustellen, dass so dieses klassische Event Management und man kennt es, das klassische Messewesen zum Beispiel, war ja eigentlich nicht mehr existent. Oder die klassischen Corporate Events. 2000 Leute vor der Bühne und da spricht einer über Motivation oder Leadership. Das neue Normal, das gibt es eigentlich nicht mehr. Deswegen ist für uns ein großes Thema, war ein Streaming. Also wir machen sehr viel mittlerweile im Streaming. Wir bieten klassisch virtuelle Pressekonferenzen an. Wir machen viel für unsere Kunden, egal ob das Salzburger Lande ist oder andere große Partner, für die sind wir in dem Bereich tätig. Die ganze Covid-19-Prävention, das geht jetzt ein bisschen ins Detail rein, ist ein Riesenmarkt geworden. Also das muss man auch sagen. Viele Veranstalter, viele Kunden, viele Venues kommen auf uns zu und sagen, könnt ihr als Event-Experten uns bitte nicht hier beraten? Also die Expertise im Bereich Sicherheit, wie mache ich diese ganze, keine Ahnung, die Teststraße oder wie auch immer das dann in dem Fall ausschaut und ihr könnt dann natürlich schon auf Erfahrungen aus anderen Events zurückgreifen und sagen, okay, das könnte man so oder so umsetzen. Richtig, genau. Also es gibt mittlerweile vier Novellen, die das Gesundheitsministerium rausgebracht hat, rund um dieses ganze Thema Covid-19 bei Events. Ich habe das ganze Team bei mir in eine Schulung geschickt, damit jeder gleich da wirklich entsprechend auf einem Level ist und auch Bescheid weiß und halt die Expertise auch vermitteln kann, weil im Endeffekt ist die Gesundheit des Menschen und da darf man nicht irgendwie scherzen oder spaßen, sondern das muss passen. Und ich kann natürlich auch nur Events umsetzen, wo ich mit tausendprozentiger Sicherheit hinter so einem Präventionskonzept stehen kann und dass das schnell mal in eine andere Richtung geht, wissen wir spätestens in Salzburg vor allem, seit die Rotarier ein bisschen was gemacht haben, Sankt Peter und deswegen schauen wir schon vehement drauf, egal bei welchem Kunden, dass das auch passt. Hast du einen Tipp für Kollegen aus der Event-Branche, was würdest du ihnen raten, das sie jetzt umsetzen können oder irgendwie ein bisschen in deinem Playbook, was da drinnen steht? Ich glaube grundsätzlich geht es gar nicht so sehr an mein Playbook. Ich glaube, jeder muss im Endeffekt für sich selbst wissen, was er will und wo er hin will. Ich würde einfach sagen, da durchhalte Parolen, also auf jeden Fall dranbleiben. Zum Glück, und ich glaube, das werden wir auch später noch sprechen, leben wir in einem Staat wie Österreich. Das muss man ganz klar sagen und wir leben in Salzburg. Klar kriegen wir jetzt vielleicht eine leichte Watschen links und rechts in Form vom Tourismus, dass vielleicht die Deutschen im Winter nicht so zahlreich kommen können, was ja unsere Hauptzielgruppe ist. Ich glaube, da muss man einfach auch nach vorn schauen und bewusst einfach feststellen, Österreich, da geht es uns eigentlich gut. Also klar, wäre die Regierung, die es nicht perfekt gemacht haben, das ist wahrscheinlich in vielen anderen Ländern auch so der Fall, aber was ist schon perfekt? Ich muss feststellen, bei uns als Event-Agentur hat gegriffen die Kurzarbeit, bei uns hat gegriffen der Härtefallfonds, bei uns hat gegriffen der Fixkostenzuschuss. Also viele Mechanismen haben gepasst. Meine Frau ist aus Amerika, die ist aus Kalifornien, da gibt es gar nichts. Also da gibt es, da wird, der Trump geht drüber mit der Giscan und jeder kriegt 1200 Dollar. So, die hat den Scheck vor zwei Monaten im Postkastel gehabt für 1200 Dollar. Das ist meiner Meinung nach auch nicht wirklich sinnvoll. Und deswegen kann man da schon sagen, leben wir ein bisschen auf einer Insel der Glückseligen. Klar, es gibt Arbeitslose, es gibt viele Tote, das darf man nicht beschönigen, aber es ist sicher, es hätte viel schlimmer sein können. Ja, alles klar. Du, Martin, das bringt mich eigentlich eh zum nächsten Thema. Du hast ein bisschen einen Ausflug gerade in die Politik gemacht und bist ja seit ein paar Monaten auch der neue Vorsitzende der jungen Wirtschaft. Also zwei Sachen. Was bedeutet es für dich und warum willst du diese Position auch machen als Unternehmer? Du hast sicher genug zum tun. Warum ist dir das wichtig? Zwei gute Fragen. Ich glaube, dem vorweggeschossen muss man wissen, dass das einmal erstens alles ehrenamtlich passiert. Gleich wie ihr jetzt den Podcast da macht, ihr wolltet was für die Region bewirken, ihr wolltet Story-Angles erzählen und das will ich im Endeffekt auch. Die Leute sind an mich herangetreten, vor allem der vorherige Landesvorsitzende, der Fritz Straub, hat mich gekannt, hat gesagt, ich war schon ein bisschen in dem Dunstkreis der jungen Wirtschaft tätig und er hat gesagt, Martin, ich wäre ein guter Kandidat, ich könnte das glaube ich gut machen, das ist immer bei uns an die Wirtschaftskammerwahlen gebunden, du bist fünf Jahre Landesvorsitzender und für mich war eigentlich so die Motivation, dass ich gesagt habe, es gibt 2000 Mitglieder bei der jungen Wirtschaft in Salzburg, das sind alle unter 40-jährigen Unternehmer, es kostet nichts, das Mitglied, ich kann da einfach beitreten, ohne irgendwie parteipolitisch aktiv zu werden. Wir sind eine Vorfeldorganisation der Wirtschaftskammer und im Endeffekt machen wir Interessenspolitik, wir wollen alle Couleur vereinen und einfach reinhauen und sagen, was bewegt euch und was beschäftigt euch. Wieso habe ich das gemacht? Weil ich einfach gerne die Geschichten höre von den unterschiedlichsten Leuten. Also ich habe selbst in der Corona-Zeit dann, ich würde jetzt nicht sagen, ein Podcast, weil es das nicht war, aber so ein Webinarformat ins Leben gerufen, wo wir immer in einen Flieger-Splitscreen unterschiedliche Unternehmer reingeholt haben und einfach einmal reingeholt haben, wie sieht das der Hotelier aus Overdauern, wie sieht das der Ofensetzer aus Gollingen, wie sieht das der klassische Digitale aus Salzburg. Und da waren super spannende Geschichten dabei und durch diese Gespräche allein versuchen wir natürlich ein bisschen die Meinungen zu bündeln und dann mit Forderungen an die Politik heranzutreten und zu sagen, okay, das und das wollen wir bitte, Steuersenkung, was auch immer, um da das Unternehmer-, das Start-up-Tum ein bisschen attraktiver zu machen. Das ist eigentlich so meine Motivation gewesen und ja, zu dem stehe ich auch und mir macht es brutal viel Spaß. Ich bin in der Funktion seit 30. Juni tätig, habe richtig viel schon gesehen, natürlich im Moment passiert viel online, aber habe einen guten Austausch schon gehabt mit den anderen acht Landesvorsitzenden in Österreich und sind da super schöne Truppen, hat mir selbst meinen Landesvorstand ein bisschen zusammengebaut. Da ist dabei der Rudi Obauer aus Werfen vom Restaurant Obauer, da ist der Markus Leiker muss er dabei von den Tankstellen, die Vicky Neuhofer von Damn Plastic, also echt super coole Leute mit dabei, die auch selbst motiviert sind und ich glaube, da können wir die nächsten fünf Jahre echt was Cooles auf die Beine stöhnen, coole Events, coole Organisation und ja, vielleicht ein bisschen so dieses Image, das verstaubte Image von der Wirtschaftskammer im jungen Bereich super aufbeppen. Vor kurzem war das Gin & Tonic, auch mit Livestream, also mit Livestream, ja genau auf YouTube, beziehungsweise in der AG vor Ort, wie ist das gelaufen? Das war eigentlich ganz gut, also das Gin & Tonic war unsere Landesveranstaltung von der jungen Wirtschaft, haben wir letztes Jahr das erste Mal gemacht im Republic slash in der Szene und dieses Jahr in der AG, ist super gelaufen. War natürlich auch spannende Vorbereitungszeit, auch da Covid-19, nur 125 Sitzplätze im Schachbrettmuster, das Ganze gestreamt, wie du gesagt hast, aber auch da geht es uns viel mehr nicht nur um den WM-Charakter, sondern Geschichten zu erzählen. Wir haben ein super interessantes Pendel gehabt, also da war dabei der Raphael Reifald-Summer von Vision One zum Beispiel, Eddie Vicky Neuhofer von Damn Plastic war dabei, der Daniel Tonhauser von Maikai, Fitness, also da war wirklich coole Geschichten, bunt gemischt und eigentlich jeder, also ich habe es mir angeschaut, war echt sehr gelungen, auch der Stream und war einfach als Zuschauer interessant, weil es ganz unterschiedliche Perspektiven waren und von, ja eben, von der Geschichte vom Schwarzenegger bis hin zur, zur Umschulung quasi und die Lehre Ende 20 zu machen, also das habe ich alles sehr, sehr interessant gefunden und war sehr spannend. Bringt mich auch zum nächsten Thema, lauter Gründer, lauter mutige Menschen, vielleicht auch die Geschichte eben vom Raphael, der sich in den Flieger gesetzt hat und nicht gewusst hat, ob er dann Arnold Schwarzenegger wirklich treffen kann und dann halt so beharrlich war, dass er da irgendwie durchgehalten hat. Das sind sicherlich alles Charaktere oder Charaktereigenschaften von Unternehmen, die gründen und du empfiehlst auch jetzt zu gründen, stimmt das? Ich würde grundsätzlich jeden immer empfehlen zu gründen. Und gerade jetzt, das macht mich jetzt natürlich neugierig, weil gründen ja grundsätzlich schon mal ein bisschen ein Aufwand ist, viel Mut erfordert und in der jetzigen Situation wahrscheinlich nochmal doppelt so viel Mut erfordert. Deine Worte zu dem Thema, bitte. Eine super spannende Frage. Ich kann nur zurückschauen, wie es bei uns war. Also wir haben faktisch den Gewerbeschein beantragt im Juni 2010, logischerweise den Gedanken schon 2009 gehabt. Jeder, der sich dunkel zurückerinnern kann, 2008 war die Wirtschaftskrise. Also das war vielleicht auch denkbar, nicht der beste Zeitpunkt zu gründen. Aber ich bin einfach hundertprozentige Überzeugung. Erstens mal bin ich Optimist und immer positiv. Versuche es zumindest zu sehen, auch in so dunklen Zeiten. Und zweitens ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, dass so viel im Leben Einstellungssache ist. Und wenn ich einfach Sachen aus einem anderen Blickwinkel sehe oder alles mit ein bisschen relativ sehe, dann, glaube ich, schaut die Welt ein bisschen besser anders aus. Und wenn ich vor der Sparkasse eine Person von mir habe, die was vielleicht schimpft und jammert und murrt, dann kann ich den vielleicht nicht beurteilen, weil ich weiß nicht, wo ich den seinen Tag war oder was der gerade erlebt hat. Vielleicht hat er wirklich eine schwerkranke Frau zu Hause oder was auch immer. Deswegen glaube ich, es ist essentiell zu wissen, dass im Endeffekt bin ich für mich selbst verantwortlich und ich muss auf mich selbst schauen. Und auch für mich selbst kann ich diese Urteile auch auf eine gewisse Art und Weise fällen. Um jetzt auf die Frage zurückzukommen rund ums Gründen, ich kann es jedem immer nur empfehlen, weil ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, mein eigener Chef zu sein. Selbst über meinen Tag jeden Tag entscheiden zu können. Wenn ich morgen sage, okay, weißt du was, eigentlich würde ich gerne eine Woche Urlaub machen, dann geht das auch. Wenn ich morgen sage, nein, eigentlich geht es gar nicht, weil richtig viel Stress ist, klar, dann muss ich natürlich meine 60, 70, 80 Stunden einarbeiten. Und auch, glaube ich, das spiegelt das wieder, was der Raffi letzte Woche beim Sinn und Tonig gesagt hat. Harte Arbeit ist sicher auch da, was der Schlüssel zum Erfolg ist. Wenn ich zurückschaue, die letzten zehn Jahre hat es, glaube ich, genug Wochenenden gegeben, wo es klasse gewesen war, mit dem Freund auf ein Stiegelbier zu gehen. Das hat es halt dann nicht gespielt, weil halt einfach da geheißen hat, vor allem im Eventbusiness, die Wochenenden sind für was anderes aufgehoben. Und dass da natürlich auch Freundschaften darunter leiden, das soziale Leben darunter leidet oder vor allem die Freundin oftmals auch nicht super happy ist, ist, glaube ich, ganz klar. Aber wenn man kontinuierlich weiter Gas gibt, dann kann auch was Positives entstehen. Und irgendwann kann man dann auch seine Lorbeeren einfahren, wenn man positiv ist. Und deswegen, glaube ich, rund ums Gründen kann ich es jedem empfehlen, aber man muss halt genau wissen, was man tut. Und auch da ist die Wirtschaft gekommen, weil wir ein paar Mal geredet haben. Gründerservice, da gibt es super Tools. Startup Salzburg, also da gibt es einige nette Plattformen in Salzburg, die Leute auch da unterstützen und beraten. Und sonst gerne auch eine E-Mail an uns. Pachaka, wir sind immer super bereit, Leute in so Gründerfragen zu helfen. Cool. Was wäre dann vorweg, bevor ihr das E-Mail schreibt, dein Number-One-Tipp für Jungunternehmer? Ich glaube, als Jungunternehmer der Number-One-Tipp ist, vielleicht ein bisschen sich Gedanken zu machen, was ist die Vision und was ist meine Warum? Wieso will ich eigentlich gründen? Und was ist so ein bisschen meine Idee dahinter? Und ich glaube, wenn ich mein Ziel weiß und meine Vision weiß, dann ergibt sich das andere. Und ich vergleiche das immer im Leben mit einem Puzzle. Weil im Endeffekt, wenn ich ein Puzzle zum Bauern anfange, tue ich mir relativ schwer mit ein paar tausend Teile. Was ich brauche, ist die Vorlage. Ich brauche die Vision. Und deswegen habe ich gegründet, weil ich 2010 mir so ein bisschen vor Augen geführt habe, Snowballer Balkon olympisch werden. Oder ich kann wirklich coole Events für Audi umsetzen oder für Red Bull. Und ich glaube, wenn du diese Vision vor dir hast, egal, ob du jetzt ein visueller Mensch bist oder nicht, manche Leute schreiben sich das nieder. Auch das ist oft einmal etwas, was ganz wirksam ist. Wenn ich sage, okay, in fünf Jahren will ich das und das erreichen. Und das ist jetzt vielleicht gar nicht so sehr der monetäre Value, sondern das ist vielleicht manchmal einfach die Fremde, was ich haben will. Oder das Umfeld, was ich haben will. Oder ich will gesund sein. Oder ich will viel Sport machen. Das kann auch natürlich so die intrinsische Motivation sein. Das will ich jedem Gründer mitgeben. Habt eine Vision, habt so dieses Bild, wo ihr sein wollt. Und dann kommt eigentlich alles andere für selber. Das ist so ein bisschen meine Meinung. Ist dir warum das gleiche wie vor zehn Jahren? Nein, gar nicht. Also das ändert sich, vor allem jetzt in einer Zeit wie Covid-19, ändert sich das fast nicht täglich, aber doch relativ schnell. Aber der grundsätzliche Treiber ist sicher dasselbe. Aber da bin ich wahrscheinlich als Mensch sehr speziell, weil ich halt einfach auch wie Alkoholik bin. Ich mache es liebend gern. Für mich gibt es Stress logischerweise, aber jeder Stress ist ein positiver Stress. Also ich liebe Druck. Ich habe überhaupt kein Problem, dass ich sechs in der Freierinne sitze und bis zehn am Abend drinnen sitze, das im Büro. Das ist easy, weil ich liebe, was ich tue. Weil ich es gern für den Kunden tue. Und wenn nicht, dann müsst ihr das eh nicht machen. Oder dann mache ich was anderes. Ja. Dann bist du nicht der Richtige für den Job wahrscheinlich. Du, Salzburg. Wie, ich meine, klar du bist, du bist deine Homebase und du bist ja quasi auch da tief verwurzelt. Wie siehst du den Wirtschaftsstandort aus der Jungunternehmerbrille und generell für die Zukunft? Was sind deine Gedanken dazu? Also Wirtschaftsstandort Salzburg grundsätzlich ja sehr positiv. Ich kann mich noch gut erinnern, Schlagzeile Salzburger Nachrichten. Letztes Jahr Overtourism. Zu viele Chinesen oder zu viele Asiaten in Salzburg mit den Busse. Ich glaube, über das brauchen wir uns keine Gedanken machen im Moment. Wir wären froh, wenn die in der Paris-Lothrad-Straße aussteigen würden. Das ist im Moment halt einfach nicht der Fall. Deswegen glaube ich aber trotzdem grundsätzlich machen wir in Salzburg viel richtig. Vor allem im Tourismus. Klar ist es jetzt wichtig und vor allem für die Gastronomen vermutlich nicht gern gesehen, dass diese Sperrstunde gekommen ist mit 22 Uhr. Im Nachhinein sind wir wahrscheinlich gescheiter, ob es was gebracht hat oder nicht. Natürlich kann man jetzt im Moment schimpfen. Und ich sage auch da nicht, dass jede Maßnahme korrekt ist. Aber rund um den Wirtschaftsstandort Salzburg, glaube ich, machen wir da, was den Tourismus betrifft, sehr viel richtig. In der Hotellerie sehr viel richtig. Auch in meiner Branche rund um Events. Egal ob das im Sport- oder im Musikbereich ist. Wir haben die Salzburger Festspiele. Auch da brauchen wir uns nicht verstecken. Aber auch was in den Gauen passiert. Also ich glaube, man darf da Lungau, eine super spezielle Region in Bangau, wo ich her bin, in Waagereien nicht vergessen. Und natürlich auch in Pinzgau. Und das bringt mich zu einem Thema, wo wir Veranstaltungen gehabt haben in Pinzgau letzte Wochen. Das war der Verbandln Summit. Eine klassische neue Veranstaltung, die es vielleicht vor Covid-19 nicht gegeben hätte. Wo wir 40 Leute auf eine Almhütte gesteckt haben. Einige Speaker dazu rund um die Themen Wirtschaft, Sport und Kultur. Und drei Tage lang einfach diskutiert haben unter den Gegebenheiten von Covid-19. Was beschäftigt die Leute in Salzburger Wirtschaft, in der Salzburger Kultur und im Salzburger Sport. Und das war unglaublich aufschlussreich. Und das forcieren wir sicher auch in der Zukunft noch mehr. Nicht mehr diese Riesenevents mit einigen hundert und einigen tausend Personen, sondern kleinere, speziellere. Weil ich da auch schon ein bisschen der Verfechter bin und sage, lieber habe ich bei einer Veranstaltung, wenn ich heimgehe, fünf Visitenkarten von Leuten, die was ich wirklich kennengelernt habe, wo ich mich gut ausgetauscht habe, als wie 30 Visitenkarten, die vielleicht dann irgendwo am Kastl landen und die, was ich dann eh nicht mehr anrufe. Und wo ich jetzt am kurzen mehr zuordnen kann, wirklich. Wo ich diesen Small Dog habe. Und deswegen werden wir das auch weiterhin forcieren. Und ich glaube, abschließend zu deiner Frage, Wirtschaft schon in Salzburg. Wir machen viel richtig. Das ist sehr positiv. Wir hoffen natürlich stark, dass der Winter stattfinden kann, so wie wir den Winter kennen und lieben. Es hat das letzte Wochenende das erste Mal geschneit. Ich glaube, bei alle klustert schon wieder so in die Fingern, die Skifahrer, Snowboarder sind oder Turnski gehen. Und deswegen hoffe ich, dass wir den Winter auch so genießen können, wie wir ihn kennen. Gibt es etwas, was du, nicht ändern, aber was du vielleicht ein bisschen forcieren wollen würdest für Salzburg? Gibt es da eine Idee? Ändern ist immer ganz schwierig, weil da redet man sich natürlich leicht. Die Frage ist immer, was ist machbar und was kann ich ändern? Klar, wenn ich jetzt auf das Thema schaue, rund um Events oder rund um die junge Wirtschaft, da gibt es viele Maßnahmen. Ich kann Gründen leichter machen, ich kann die Körperschaftssteuer runter senken. Also da gibt es natürlich viele konkrete Maßnahmen, die mir konkret einfallen. Aber ich glaube, allgemein geht es uns da schon gut. Also ich glaube, man muss ja nicht immer sagen, ich will alles ändern oder ich will da wirklich, ja, keine Ahnung, alles neu erfinden. Das muss echt nicht sein. Ich glaube, man muss darauf schauen, was kann man selber, was sind so die eigenen Werte und die eigenen Values. Und wenn man sich mehr auf das fokussiert, dann ändert sich auch das rundherum, glaube ich. Martin, du hast gerade gesagt, fünf gute Kontakte sind da wichtiger als 30 nicht zu, beziehungsweise 30 belanglose. Ist das so ein bisschen auch der Trend, den du vielleicht siehst, auch bei Events oder vielleicht sogar generell Qualität vor Quantität? Ist das der Weg, den viele gehen sollten? Ich glaube schon. Also ich glaube, dass das sicher eine Marschrichtung ist, die funktioniert und ich muss sagen, für mich funktioniert es. Eine andere Person oder andere Charakter ist da vielleicht anders, weil er sagt, okay, ich will da wirklich jetzt eine hohe Schlagzahl über Produkt skalieren und mir ist die Qualität eigentlich wurscht. Das kommt mir auch darauf an, glaube ich auch, was du für ein Typ bist. Ich habe für mich festgestellt und da kann ich mir nur von meiner eigenen Erfahrung reden, wenn ich zehn Jahre zurückschaue, die Sachen, die mich wirklich weitergebracht haben, waren qualitativ gute Kontakte, waren Leute, die wirklich auch verstanden haben, was ich will und wo ich vor allem auch hin will. Und das sind auch oftmals immer noch die Leute, mit denen ich mich umgib, die, wo es mir Input geben und die, wo es einen auch vielleicht weiterbringen. Und klassische Mentorship-Programme, die boomen ja auch im Moment sehr, sehr stark. Wir organisieren für unsere Kunden viele Summits, wo es einfach in diese Richtung auch geht. Kleinere Gruppen, intensiverer Kontakt, nicht nur wegen Covid-19, sondern ich glaube einfach, da ist der Wissenstransfer viel stärkerer und da ist auch diese Kultur vielleicht ein bisschen höher. Ich weiß nicht, wie da dein Gefühl ist. Mein Gefühl in Salzburg ist immer so, dass dieser Austausch, auch vielleicht, wenn man in der gleichen Branche arbeitet, aus meiner Sicht jetzt zum Beispiel bei Agenturen, da ist immer so, ja nein, so wirklich viel, man kennt sich, aber wirklich viel über den Job redet man nicht. Ist das etwas, was man forcieren sollte, dieses Kollaborative, was einfach gemeinsam auch den Standard aufwerten? Ich glaube, ich weiß, was du meinst, das sind so diese klassischen Eigenbrötler. Ja, genau. Ja, also erstens einmal sehe ich das so und die erste Frage quasi, der erste Teil der Frage beantworten, dass, glaube ich, wichtig ist und essenziell ist, dass ich Sachen hergebe, um mehr zu bekommen. Also ich glaube, es ist so ein bisschen der falsche Ansatz, aber wie gesagt, das ist auch nur meine Meinung, dass jetzt alles für mich selbst hart und sage, okay, ich will jetzt, keine Ahnung, monetär den hundertprozentigen Success, ich will mein Know-how gar nicht weitergeben und ich will einfach selbst für mich der Beste werden, weil dann bin ich vielleicht irgendwie wie Rapunzel in einem Turm eingesperrt, hab zwar alles, bin der Höchste, schaue alle drüber, aber kann das vielleicht auch nicht teilen. Und ich glaube, da können wir auch viel in Richtung Asien schauen, weil da ist einfach das vielleicht eine ganz andere Lebensphilosophie. Da muss ich mich im ersten Schritt vielleicht auch öffnen und sagen, okay, ich gebe das gerne her. Und ein großes, gutes Beispiel und da muss ich den Michael John zitieren, als CEO von Agentur Loop, die haben das brutal gut gemacht in Zeiten von Corona. Der hat da wirklich manuell rausgeschossen und hat gesagt, ich gebe gerne das her, das Wissen, um da entsprechend auch positives Feedback zu bekommen und das hören wir immer mehr. Auch da bei unserer Veranstaltung letzte Woche in Pinzgau hat der Dr. Erwin Thoma das gesagt, von Thoma Holzhaus, also ein Mensch, der eigentlich aus ganz einem anderen Bereich kommt, aus dem Bereich Architektur, rund um die Natur des Baumes, rund um den Wald, dass es auch ganz wichtig ist, hier vielleicht sich die Natur als Beispiel zu nehmen, weil auch in der Natur muss ich oft einmal was geben, damit ich dann wieder mehr zurückkriege. Und ich glaube, da können wir uns viel rausziehen von so einem Statement, weil uns das in der Wirtschaft glaube ich auch oft einmal weiterbringt. Und vor allem in Zeiten von Social Media, der Digitalisierung wird das immer stärker. Und wenn man jetzt zurück schaut, vielleicht in die 80er, 90er Jahre oder vielleicht vor 10 Jahren, wo das noch nie so stark war, da hat es vielleicht den Vorteil gehabt, dass ich gesagt habe, ich koche mein eigenes Süppchen, weil man der andere nicht in die Karten schauen kann. Aber heutzutage sind wir so schnelllebig und es passiert einfach so viel, dass sicher Sinn macht und von der Philosophie einfach ein guter Ansatz ist, dass ich sage, ich gebe das gerne weiter, weil ich durch das Kontakte knüpfe, weil ich durch das vielleicht auch ein positives Karma streue und durch das auch das wieder zurückkommt. Also da gibt es verschiedene Ansichten und Ansätze, wie man das sehen kann. Aber da bin ich ein großer Verfechter davon und stimme ich dazu, sieht man nicht überall so und ist auch ganz oft so, dass die Competition natürlich auch da ist und viele Leute halt das vielleicht anders sehen. Okay. Das heißt bei dir so ein bisschen dieses Thema, okay, du gibst gern was, weil es immer irgendwie auf irgendeinem Weg zurückkommt. Ich würde schon, ja, also definitiv. Ich glaube, das ist wichtig und das kann in vielen Bereichen sein. Das kann sein, dass man was spendet für eine Organisation, weil ich weiß, okay, das ist gut. Das kann sein, dass ich investiere in meine Mitarbeiter, in meine Teammitglieder, weil ich weiß, das kommt auch auf eine andere Art und Weise wieder zurück. Oder das kann sein, dass ich für mich selbst sage, ich investiere viel in mich selbst, in mein Privatleben, in Sport etc., weil ich weiß, das kommt auf eine andere Art und Weise wieder zurück. Also ich glaube, auch da kann man sich sicher ein Scheibchen abschneiden im Businessleben und nicht immer die Ölbogen rausfahren und gegen den anderen ein bisschen wettern, weil gemeinsam sind wir im Endeffekt auch stärker. Und so ehrlich müssen wir uns zeigen, wenn ich gut bin und wenn ich die Qualitäten habe, dann ist am Markt immer was da. Und dann ist der Markt auch groß genug. Und ich glaube, spätestens der Dietrich Mateschitz hat uns das gezeigt, was er in Salzburg aufgebaut hat mit einer Multi-Billion Dollar Company, dass es geht, wenn man eine gute Vision hat. Und der war auch weit über 40, als er gegründet hat. Also da haben wir noch ein bisschen was vor uns und können noch was machen. Ja, große Ziele, ja. Hey du, Martin, danke, dass du deine Zeit investiert hast. Und ja, wirklich interessante Insights. Ich hoffe, euch hat es taugt und ihr schaut es ein beim nächsten Tobias Tuesday. Danke. Vielen Dank. Danke sehr.